Oh mein Gott, 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 Hilfe, oh mein Gott. Der kommt perfekt, perfekt, obwohl der nicht gut war und dann am Ende. Ich hab zum Keeper gelangt, Leute, der Totz-Call oder so, jetzt, ja, geht noch, let's go, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will ja nichts mehr machen. Digga, was? Wie langsam hat er geschossen? Ja, ich bin schon. Ja, ich bin schon, ich bin schon komplett. Ich kann gleich schon ein T-Shirt wechseln. Was ist mit dem T-Shirt? Mittelfeld, nicht, Sturm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, believe my moments, believe my moments. Junge, was passiert hier denn? Guck mal, wieder kein Elfmeter, Digga, schau. Der muss da drin sein. Das ist Alfonso, David, wir sind in der Korone, wir sind in der Korone, Alfonso, Alfonso, David. Ja, 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 geht. Da ist er, Suarez. Zweites, zweites Spiel, du hast die Taktik verstanden, bei mir im Verein. Da geht's Langholz in den Strafraum vom Anstoß weg und dann hängt das Ding. Was für ein Mann, ich kann diese Gegentore nicht mehr sehen, ey. Kann der denn noch bitte ein Tor schießen, was nicht von diesem verdreckten Game ist. Jungs, spiel dich doch einfach mal in deinen scheiß Huren zu leben. So durch, dass du ihn einfach nur einschieben musst und nicht erst gegen den scheiß Torwart schießt. Und es verdreckt bald wieder Christ. Wie dann Moments, 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 wie dann Moments. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Gefährliche Szene. Das Tor ist komm... Da, 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 der ist drin, der ist drin. Da, 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 der ist drin, der ist drin. Da, 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 da. Was? Oder was? Oder was? Was passiert? Jetzt wird mal richtig ernst gemacht. Und jetzt ist er viel zu steil. Ich hab zweimal genau gleich gedrückt. Einmal zu kurz, einmal zu steil. Ich bin echt ein Pfeil für die Klapse gleich. Ey! Komm, knall rein. Knall bitte rein. Du Bastard-Spiel! Oh mein Gott! Ja, jetzt haben wir alles unter Kontrolle. Oh, was ist das? Eine besondere Erfahrung. Oh mein Gott, was ein Ohmut passt. Ikone! Ikone! Oh mein Gott! Bitte! Per Moment! Petit! Ja! Ja! Meine erste Ikone! Let's go! Man! Ruhig bleiben! Meine Fresse, Junge. Wenn ich mir mein Haarland-Team of the Season kaufe, Jungs, ne? Dann kann dieser Pole einpacken, Digger. Was spielt ihr für... Es muss sein! Elgato, äh, was ist das? Oh mein Gott! Was war ich hier mit dem Gegner? Oh! Oh ja, schön! Oh mein Gott! Oh! 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 Was? Äh, wir haben uns jetzt hier gerade ein Team gebaut, ähm, mit fünf türkischen Portugiesen, ne? Oh! 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 den scheiß ball jetzt herrmann das ist das junge und das ist ein direktes ecken ist das weiß die kohle sie doch willst du mich verarschen neymar der kleine knicks hat 50 füßes er macht 1 1 kannst du mir mal sagen was hier abgibt er klitscht sich durch ihn durch oder was was machen die zwei da guck mal dahin hier die zwei kollegen die kumpels die zwei schön befreundet und und dann noch mal er steht vor ihm bruder ich drehe so am rad ich drehe so am rad die nehmen mich so hops ich mach nie wieder in meinem leben ein finesse so am lieb in the jungle night the jungle the lion sleeps the night in the jungle the night the jungle the lions sleeps tonight und jetzt mein lieblingspart . EEEEy zu geil, Sebastian!